Als Nada wird eine Bewegung bezeichnet, die die Grundwerte des Islams mit der Moderne zu verbinden versuchte. Wörtlich übersetzt bedeutet das Wort Nada eine Bewegung von einer unteren zu einer oberen Körperhaltung. Es steht für eine arabische Renaissance. Verwendung findet das Wort, um die Blüte der arabischen Sprache und Literatur im 19. und 20. Jahrhundert zu bezeichnen. Die Nada-Bewegung steht für die Rückbesinnung auf die Zeit der großen Hoffnungen. Wichtigstes politisches Produkt der Nada-Bewegung war die nationalistische Idee, vor allem der Pan-Arabismus, aber auch der syrische Nationalismus. Der zur Gründung der syrischen sozialen nationalistischen Partei führte, die für die Gründung eines Großsyriens eintrat. Die Nada war von Aufbruch in die Moderne wie von romantischer Verklärung der Geschichte geprägt. Protagonisten der Nada werden Nadisten genannt. Die ersten Nadisten waren ägyptische Muslime. Sie teilten die Überzeugung, islamische Religion und wissenschaftlicher Fortschritt seien miteinander vereinbar. Den Islam erachteten sie als tragfähige Grundlage einer modernen arabischen Gesellschaft. Riefen zugleich aber zu einer Erneuerung des Islams im Sinne des Zeitgeistes auf. Die Reformer der Nada wehrten sich zugleich gegen den Säkularismus der Moderne, standen jedoch für die Möglichkeit ein. Einen demokratischen Staat auf der Basis eines weiterentwickelten Islams errichten zu können. Die Nadisten machten den kulturellen Schwung, den westliche Missionare auslösten, für sich fruchtbar. Sie stellten historisch-soziologische Überlegungen an zu einer Ortsbestimmung ihrer Gesellschaft und zur Klärung der Frage, warum die islamische Welt eine andere Entwicklung genommen hat als die westliche. Die Islamreformer der Nada und Jamal-eddin al-Afghani und Mohammed Abdu wehrten sich gegen den modernen Säkularismus der Nationalisten, aber auch gegen die Bindung an den Kulturbereich der osmanischen Tradition, die im Laufe der Jahrhunderte die Religion korrumpiert habe. Sie wollten zu einem wahren Islam bzw. zu den Quellen zurückkehren. Sie standen für eine neue, rationale Interpretation des Korans. Später bildete sich ein anderes Nada-Modell heraus, welches dazu tendierte, die Religion zugunsten einer laizistischen Orientierung d. h. einer Trennung von Staat und Religion auszuklammern, bzw. ihre verbindende Kraft zu minimieren. Verfechter dieses zweiten Nada-Modells waren vor allem Christen. Ein Patron der christlichen Vertreter der Nada-Bewegung war z.B. der Missionar Cornelius van Dijk. Antjun Saada und Michel Aflack bewirkten eine Umsetzung dieses Modells in ein politisches nationalistisches Programm. Dieses zweite Nada-Modell setzte sich insofern durch, als sich die nach dem Ersten Weltkrieg entstandenen arabischen Länder für eine Aufgabe des Dilma- und Millet-Systems zugunsten einer zivilrechtlichen Gleichberechtigung all ihrer Bürger entschieden. Die Nada spaltete sich in eine säkulare und eine salafistische Strömung. Leitfigur der Säkularen war der ägyptische Scheich Ali Abdel Razik. Er versucht in seinem 1925 erschienenen Buch Islam und die Grundlagen der Herrschaft, den Säkularismus islamisch zu begründen. Leitfigur der Salafisten war der Scheich Rashid Raide. Dieser wandte sich auf der Suche nach einer Lösung für die momentane Stagnation immer stärker der islamischen Frühzeit und der unverfälschten Form von Koran und Sunnah zu. Gegen Ende seines Lebens vertrat er fundamentalistische Positionen und forderte die Wiedererrichtung des Kalifats. Damit stehen die Salafisten dem Wahhabismus nahe.